Oh, how I wish this night could last But we're moving on so fast Oh, oh, we have lost our fans Another night that keeps me curious We know I'll stay in love of that Moin, wir sind live with Lars aus Eiffeld und spielen dieses Jahr zum fünften Mal im Löffel Doppel. Es ist seit Jahren immer wieder das Spiegelbild der Eiffelder Musikszene. Wir sind jetzt zum fünften Mal dabei und freuen uns auf, dieses Jahr wieder einfach auf dieser Riesenbühne zu stehen und mit euch einfach eine fantastische Party zu feiern. Und ihr macht nichts falsch, wenn ihr da seid. Es wird richtig geil. Ihr macht alles richtig, wenn ihr da seid. Nächstes Jahr im Januar, 18. Januar, kommt unser Album raus, welches auch in Live with Lars heißen wird. Und ihr habt beim Local Derby die Chance, schon mal reinzuhören. Wir werden viel Zeit von Songs spielen, auch alte Songs. Eine kleine Kostprobe für das, was euch auf der CD erwartet. Veröffentlichen wir am 21.11. unser erstes Musikvideo. Das heißt Burn These Bridges und gebt euch auf jeden Fall einen guten Einblick in das, was euch auf der ganzen CD Live at Last erwartet. Also sagt allen euren Freunden Bescheid. Dann sehen wir uns am 1. Dezember beim Local Derby und feiern richtig schön. Wer nicht kommt, ist selber schuld. Soviel das. Und da sehen wir uns am besten. Kann ich noch viel grüßen? Ich grüße Michi, Victor, Marv, weil die heute nicht dabei sein können. Und Lennart, weil der das iPhone erfunden hat, mit dem wir das gefilmt haben. Tschüss!